So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge Schaden mit Maschinenpistolen zu. Ihr seht gerade, ich habe schon 428 jetzt von 1000 fertig. Das Ganze mache ich im Gruppenkeile-Modus, nur ihr seht ja selber, wir spielen gerade 8 gegen 3. Das ist natürlich ein bisschen lästig, aber das Problem ist natürlich, die Aufgaben sind gerade erst online gegangen. Was bedeutet, die meisten rüsten halt ihr Auto auf und gehen wieder aus der Runde raus und hat man nicht gesehen. Aber ihr könnt das natürlich in jedem beliebigen Modus machen. Mal gucken, ob ich hier den Gegner jetzt... Weil ich habe gefühlt noch einen Freund gefunden, der nämlich die ganze Zeit mit mir hier gegen... Da ist er, genau den. Er entwickelt uns quasi nur gegenseitig. Aber, wie gesagt, am besten würde ich sagen in Gruppenkeile-Modus. Oder aber ihr spielt im Duo-Modus, wenn die Gegner genockt sind, dann einfach mit der MP den Schaden machen. Und so werden die Aufgaben ganz easy machen können. Wenn ihr euch dann natürlich das Ganze gefallen hat und ihr schon öfters da wart, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, holen wir ihn auch hier weg. Oder auch nicht. Aber ihr seht, zählt ja 508 Schaden jetzt. Also, in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein. So, jetzt seid ihr auf der vorangem. Also, wenn man das jetzt und hannt, sagt ihr einfach mal rein. sondern auch schnell wieder neu, lighten ر Lincoln gar nicht weiter. Also, die sind fehl zawartig. Auch das war einfach. B ist dieses Leiterland. So, da war es mal. sorta war... So, da war es ernst. Und dann sagt, ich schade die Felle undistance. So, da war es mir klar.